Seit der ersten Lektion beschäftigen wir uns mit den verschiedensten Termini zu den Naturgefahren, den Naturrisiken und dem Katastrophenmanagement. Immer wieder wurden auch die unterschiedlichen Begriffe definiert, oft aus den jeweiligen Disziplinen heraus. Und ein Begriff, der die ganze Zeit immer wieder in diesem MOOC NUTCAT auftaucht, ist der Terminus Katastrophe. Im Hintergrund sind ein paar aktuelle Pressemeldungen mit dem Begriff Katastrophe zu sehen und man erkennt schnell, dass der Term ganz unterschiedlich genutzt wird. Gerade in den Medien wird er sehr gerne und auch schnell eingesetzt, daher Aufmerksamkeit generiert und dadurch Interesse an der Thematik beziehungsweise am Medium hervorruft. In Fachkreisen und in der Wissenschaft ist dieser Begriff klar definiert, unterlag aber auch einer eigenen Entwicklung. Bis in die 80er und 90er Jahre war die Katastrophe häufig assoziiert mit der Stärke des Impakts, gemessen häufig durch Anzahl der Verletzten oder Toten oder der Summe der direkten beziehungsweise indirekten Schäden, meist ausgedrückt in einer Geldsumme. Relativ bald erkannte man jedoch, dass das keine zielführenden Klassen sind. Denn es stellte sich schnell die Frage, was denn die Grenzwerte sind und für wen? Ist es eine Katastrophe bereits bei einem Toten oder erst bei 10 oder bei 100 oder gar erst bei 1000? Ist es eine Katastrophe bei Schäden in der Höhe von 500.000 Euro oder erst bei einer Million oder gar 25 Millionen? Man erkennt schnell, es hängt davon ab, je nach Situation der Betroffenen und des Umfelds. Für eine Person kann ein Schaden von 500.000 Euro den Ruin bedeuten. Für ihn oder sie ist das eine Katastrophe. Für eine Gemeinde muss bei einem solchen Schadenbetrag zwar geschluckt werden, aber es kann sicherlich verkraftet werden. Ein Staat mit einem Schaden von 500.000 Euro, der kann sicherlich leicht damit umgehen. Es ist folglich entscheidend, was der Bezug ist, auf den ein Schaden wirkt. Und dieses Beispiel kann natürlich auf jeden anderen Parameter, den man zu einer Charakterisierung einer Katastrophe hernimmt, übertragen werden. Aus diesem Grund hat man sich von den harten Kriterien zur Definition einer Katastrophe vollkommen entfernt. Inzwischen wird die Katastrophe wie folgt definiert. Ich zitiere eine Definition des BBK, des Deutschen Bundesamtes für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe. Ein Geschehen, bei dem Leben oder Gesundheit einer Vielzahl von Menschen oder natürlichen Lebensgrundlagen oder bedeutenden Sachwerten in so ungewöhnlichem Ausmaß gefährdet oder geschädigt werden, dass die Gefahr nur abgewehrt oder die Störung nur unterbunden und beseitigt werden kann, wenn die im Katastrophenschutz mitwirkenden Behörden, Organisationen und Einrichtungen unter einheitlicher Führung und Leitung durch die Katastrophenschutzbehörde zur Gefahrenabwehr tätig werden. In seinem Buch Naturgefahrenmanagement in Österreich beschreibt Dr. Rudolf Miklau eine Katastrophe wie folgt. Ein räumlich und zeitlich konzentriertes Ereignis, ein Katastrophenereignis, im Falle der Naturkatastrophe eine natürlich entstandene Veränderung der Erdoberfläche oder der Atmosphäre, das zu einer schweren Gefährdung der Gesellschaft durch Verluste an Menschenleben und zu materiellen Schäden führt, sodass die lokale gesellschaftliche Struktur versagt und sie alle oder wesentliche Funktionen nicht mehr erfüllen kann. Und das United Nations Office for Disaster Risk Reduction definiert eine Katastrophe, im Englischen Disaster, als Die Katastrophe ist folglich immer relativ zu den Betroffenen bzw. den Akteuren zu sehen. Und erst wenn deren Möglichkeiten, sich selbst zu helfen, überschritten sind und externe Hilfe benötigt wird, erst dann spricht man von einer Katastrophe. Und daraus folgt, dass eine Katastrophe für eine Einzelperson ganz anders ist als für eine ganze Familie oder eine Gemeinde oder ein Staat oder einen kleinen Ein-Mann-Frau-Betrieb oder ein mittelständiges Unternehmen oder ein globales Industrieunternehmen. Und natürlich ist auch dieses Prinzip des Bezugs auf Betroffene zu übertragen auf andere Bereiche. Im sozialwissenschaftlichen Diskurs werden Katastrophen häufig als gesellschaftliche Phänomene betrachtet. Es wird dort darauf hingewiesen, dass gerade der Begriff der Naturkatastrophe einen natürlichen Auslöser betont und damit die Gesellschaft als das Opfer, die unbändige Natur hingegen als das Problem erscheint. Eine solche Katastrophe ist folglich von einer menschengemachten Katastrophe zu unterscheiden, also beispielsweise von einem Flugzeugabsturz oder einer Explosion in einem Industriebetrieb. Viele Autoren ziehen diese Differenzierung in Zweifel. Beispielsweise schreiben Felgentreff und Dombrovsky 2008, es mehren sich die Stimmen, die den Begriff Naturkatastrophe als Fehletikettierung bezeichnen. Sie argumentieren, dass erst soziale Prozesse final bewerten, ob ein Ereignis zu einer Katastrophe wird. Und dadurch ist es eine gesellschaftliche Katastrophe, also keine Naturkatastrophe, sondern eher eine Sozialkatastrophe. Sie schreiben weiter, es bedarf mehr als nur der Natur zugeschriebener Extremereignisse, damit es zu einer Katastrophe kommen kann. Ein anderer wichtiger Zugang hierbei ist, dass die Natur an sich ja keine Katastrophen kennt. Die Natur verändert sich einfach nur, es findet von niemandem eine Bewertung statt. Diese kommt von uns. Das bedeutet aber auch im Umkehrschluss, es liegt ganz zentral an uns, an den Gesellschaften, ob ein Naturprozess zu einer Katastrophe führt oder eben auch nicht. Denn die Gesellschaft kann ja entsprechend vorbeugen, sich vorbereiten, also präventive Handlungen setzen. Aber selbstverständlich gibt es auch Bereiche, in denen Katastrophen nach harten Kriterien geführt werden, etwa im Bereich der Schadensversicherung. Und gerade bei Datenbanken muss man definieren, was welcher Kategorie zugeordnet werden muss. Ein Beispiel ist von Kollegin Dr. Susanne Krings und mir in der veröffentlichten Tabelle des NatCat Service Datenbank des Rückversicherungsimmunik-Re zu sehen, die die erfassten Schadensereignisse in sieben Katastrophenklassen kategorisieren. Hier werden die Arten Naturereignis, Schadensereignis abgebildet in zwei Schadensstufen und Katastrophe mit vier Stufen unterschieden. Während bei einem Naturereignis keine versicherungsrelevanten Schäden zu verzeichnen sind, steigt bei den Kleinstschadensereignissen und den mittleren Schadensereignissen die Anzahl der Toten und die Höhe der ökonomischen Schäden. Und dann folgen insgesamt vier Katastrophenklassen, beginnend mit mittelschweren Katastrophen über schwere und verheerende Katastrophen bis zu großen Naturkatastrophen. Und mit jeder Klasse steigt die Anzahl der Toten und die Höhe der ökonomischen Schäden, wobei letztere auch einer zeitlichen Entwicklung unterliegen. Erst in der letzten Klasse der großen Naturkatastrophe stellt man den Bezug zur vorher vorgestellten Definition der Vereinten Nationen her. Ohne jetzt die einzelnen Klassengrenzen diskutieren zu wollen, es zeigt sich das Dilemma. Einerseits sind die Klassengrenzen doch relativ frei gesetzt und unterliegen damit immer einem gewissen Ziel. Andererseits müssen aber klar definierte Klassen eingeführt werden, um eine Strukturierung von schadensbringenden Ereignissen zu ermöglichen. Und natürlich ist dies nur ein Beispiel. Es gibt viele andere Datenbanken. Es sei hier nur noch auf die MDAT, International Disaster Database, hingewiesen, die am Center for Research on the Epidemiology of Disasters, kurz CRIT genannt, der Université Catholique de Louvain in Belgien unterhalten wird. Jeder kann dort unter MDAT.be entsprechende Informationen abrufen. Und diese Informationen beinhalten frühere historische Daten, genauso wie hochaktuelle Ereignisse, zum Beispiel präsentiert im wöchlichen Update Disasters of the Week. Nun, die bisherigen Ausführungen verdeutlichen, dass Katastrophen schnell medial als furchtbare Ereignisse ausgerufen werden, dass die Thematik an sich aber nicht trivial ist, besonders im Hinblick auf die notwendigen Planungen und die operativen Umsetzungen. Das im vorherigen Video erläuterte Risikomanagement, der Risikozyklus an sich, die verschiedenen Zugänge zur Vorsorge und Prävention, all das muss so entwickelt und konzipiert sein, dass es auch Katastrophen in den ganz verschiedenen raumzeitlichen Dimensionen und in den direkten und indirekten Auswirkungen abdecken kann. Es muss im Management-Kontext abgebildet sein, aber auch im Risiko-Governance adressiert werden. Und all das muss vor dem Hintergrund des potentiellen Unbekannten, der vorhandenen Schwellenwerte und Tipping-Points von Systemen, der Kaskadeneffekte, der extreme und der generellen Komplexität von Systemen erfolgen. Zentral ist folglich, sich zu überlegen, wie man auch mit großen Unsicherheiten und Ambiguitäten umgehen kann. Denn gerade das Überraschende, das Unvorhergesehene, wird häufig ein schadensbringendes Ereignis zu einer Katastrophe werden. Man erkennt, ein sensibler Umgang mit dem Begriff Katastrophe ist unbedingt geboten. Begriff Katastrophe ist unbedingt geboten, sich zu überlegen, wie man sieht, was mal